Wie hätte Katja gern ihre Eier? Unfruchtbar Schmerzt Katja in der Wüste Keine Ahnung Ich darf sagen Leute was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Komplor Mit dabei ist leider wieder Yvd. Halt deine Fresse, Lutas. Ganz kurz zur Erklärung, wer mit dabei ist und was wir überhaupt vorhaben. Eigentlich wollten wir HuseDaddy aufnehmen, dann ist uns aber aufgefallen, dass das zu viert schwachsinnig ist. Und deshalb haben wir jetzt folgendes überlegt. Wir machen heute, Achtung, jetzt kommt's. Trommelwirbel, Katja Krasserwitze. Verstehst du? Das war so hart scheiße, Alter. Eigentlich lesen wir Blondinenwitze vor mit Katja Krasserwitznamen. Ja, super. Okay, mit dabei sind leider noch Alphasteine Mu. Oh, du Hure! Mit dabei ist heute leider genug. Alphasteine macht leider nicht mit, diese Mistgeburt. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Witz. Was macht Katja Krasserwitz am Computer, wenn es brennt? Sie drückt auf löschen. Jajajajaja. Das geht, Jep. Wann macht leider einen flussigen Konsonen? Was haben Katja und Audus gemeinsam? Keine Ahnung. Beide riechen nach Gummi. Boah. Der war fresh. Der war fresh. Warte, warte, warte. Was passiert, wenn sich Katja gegen den Baum lehnt? Der Baum fällt um. Warum? Der Klügere gibt nach. Wieso kackt Katja bitte auf die Saftatur? Alles doch klar. Weil auf dem Bildschirm steht, bitte den Code eingeben. Hahahaha. Oh lol. Ja, einfach du bist dran. Los. Mein Kopf wie 8. Katja. Was ist das? Was ist das? Katja, wenn sie einen Puzzle innerhalb von 4 Monaten fertig bekommt? Weil auf der Packung steht 3-4 Jahre. Oh Mann, Alter. Was ist Katja in der Badewanne? Eine Insel mit zwei Bergen. Shit, Alter. Das stimmt. Was ist der Unterschied zwischen Katja und dem Kühlschrank? Der Kühlschrank ist ein Dingsbums. Katja ist ein Bumsdings. Haltet euch fest. Haltet euch fest, ist welle Wester. Okay, Alter, ich hab mich fest gehalten. Warum ist es immer praktisch, Katja als Beifahrerin dabei zu haben? Weil man dann immer auf den Behindertenparkplatz parkt. Oh ho 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 ho! Also, jetzt übertrebe, Mannir, der steht doch nicht bei Kathain Witzen. Ihr werden die FPS gefeiern. Okay. Der Klingelts. Ich würde sagen, Katja, krasse Witze sind gemein. Wisst ihr Warum? Ich kann doch nicht lesen. Versteht ihr? Okay, gut. Lukas? Lukas! Sucht Katja im Ketchup. Hallo. Heinz? Versteht ihr den? Oh mein. Was ist das? Dumm, Alter. Ey, da hab ich genau einen Passenden. Und zwar, was macht ihm Reisfeld? Sie sucht Uncle Benz. Was macht Katja eigentlich auf dem Dach mit... Was macht Katja eigentlich auf dem Dach... Moment, nochmal. Was macht Katja eigentlich mit ihrer Freundin auf dem Dach der Kneipe? Ja, weil der Wirt hat gesagt, das geht heute aus Haus. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich trau dir das einfach zu. Ich auch. Ich hab eins. Ich hab eins. Was macht Katja in der Wüste? Keine Ahnung. Ich hab's ja gern. Alter, was so gut war. Okay. Warum hält Katja mitten auf der Autobahn plötzlich an? Ja, weil auf dem Navi steht, bitte warten. Wie hält Katja gern ihre Eier? Unfruchtbar. Alter. Wie bricht man Katja am besten die Nase her? Man legt einfach fünf Euro unter einem Glastisch. Oder schlägt ihr einfach ins Gesicht, das würde auch gern. Oh Scheiße. Okay. Und zwar hat Katja mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Da brüllt der Fahrer, sie dumme Sohn. Da haben sie überhaupt ne Fahrprüfung gemacht. Da sagt die zurück, ja bestimmt öfters als sie. Was macht Katja im Weltraum? Putzen. Putzen. Stellt euch mal vor, Katja kriegt Zwillinge und holt dann ununterbrochen. Dann fragt der Arzt dann einmal, ja warum meinst du denn? Dann sagt sie, keine Ahnung von wem das zweite Kind ist. Was macht man, wenn Katja eine Handgranate nach einem wirft? Ja, man löst halt die Sicherung und wirft die Handgranate zurück. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Mann, deine Fresse. Digga, will er mich ficken, Mann. Du hast wieder mitmachen. Du hast wieder mitmachen. Ich hab einen, ich hab einen. Oh, jetzt kommt's. Warum nimmt Katja immer trockene Brötchen mit Angst klar? Keine Ahnung. Ich will die WC-Ante füttern. Aaaaaaah. Alter, Alter. Was sind 10 Millionen Blondinen vor ner Himmelstür? Die wohl größte Rückrufaktion der Welt. Wieso isst Katja eigentlich keine Brezeln? Ja, ist doch klar, die kriegt den Knoten nachher nicht auf. Hahahaha. Ist das dumm, Alter. Oh, okay. Hier ist ein Witz, der passt eins zu eins. Wie erkennt man, dass Katja krasser Witz an einem PC gesessen hat? Ja, es ist einfach Lippenstift am Joystick. Hahahaha. Hahahaha. Was sagt man zu Katja, wenn sie keine Arme und Beine mehr hat? Katja, du hast echt hübsche Titten. Das war's von diesem Video, Freunde. Ich würd sagen, ihr lasst einfach mal 300 Millionen Daumen nach oben da für diese innovative Witze-Idee. Allein der Titel, ja? Katja krasser Witz. Ist doch witzig. Ist doch geil. Halt deine Fresse, Mann! Schaut auf jeden Fall gerne bei Alfastein vorbei und bei Mo. Das war's. Abonnier doch mich. Jo, Mann! Egal, Leute, harte rein. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video und ja, macht's gut. Ciao!